Du fühlst dich also besser? Körperlich ja, geistig noch nicht Ja, Junge, dann lass mich doch hoch, du Stück Scheiße Aber dieses Game hier, wow Hä, Digga, warte, ja, hier Au Also Gehen wir jetzt zu ihm hier? Nee Nee, weiter nach oben, Alter Steige zur, oh, oh Versuche dich mit der Ekran zu verbinden Schaut auf das Abo nix Bist du ungescheitert, wir kriegen Kitesbär im Laufe des Games Oh, noch höher, Digga Ich hoffe es Jummi Damit wieder einen wunderschönen guten Tag Herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge Avatar Frontiers of Pandora Weiter geht's mit der Mission Zu Neuen Höhen Mit dem Dennis Weitern am Start Was geht ab? Was geht ab? Lasst mich diese Frage kurz beantworten Kleber kann abgehen Wenn man da passende Lösungsmittel für hat Spaß beiseite Es geht weiter Wir kriegen unseren I-Kran Jawohl Endlich fliegen Endlich nicht mehr zu Fuß hier über Langstreunern Sondern endlich mal auch die Berge da oben kennenlernen Und so weiter Und so fort Wahrscheinlich müssen wir erstmal wieder 10 Kilometer dahin rennen Ja, safe Ja, das letzte Mal hoffentlich jetzt hier So, da hinten ist es Sie liegt unter den schwebenden Bergen südlich von der Wiese des Lichts Ja, dann ab gen Süden Ab in den Süden Ab in den Süden Ab in den Sonnenschein Ab in den Urlaub Ja, nimm die ganze Zeit die Speederino-Pflanzen mit, oder was? Ciao Hey, brä Bin einfach stecken Bist du fett, oder was? Ich bin zu fett Ich brauche Wasserflüssigkeit und ich habe Durst Hast du gesehen? Wer jetzt bei der neuesten Let's Dance Staffel mitmacht, Alter Detlef Detlef De Soest, Alter Junge Die Schuschkröte? Nee, das war ein anderer Aber, Digga Der hat doch auch so ein Schusch oder so Ja, ja, nee Ich freue mich sehr, dass ihr heute auf meine Zahas gegangen seid Aber ich sag, der wird richtig krass, Alter Digga, Detlef Soest Detlef Soest, Alter Der Megatyp, Alter Detlef Soest, Alter Oh, warte, da ist noch so ein Bin ich echt mal gespannt Hier ist noch irgendwo so ein Wieder so eine Ah, ist das hier nicht so eine Ahnenpflanze? Uh, nee Wo denn? Achso Nee, es ist diese Boah, geil Boah, geil Ich hab perfekt eingesammelt Ein Löwen-Bären-Faser Aber ich hatte gerade wieder hier diese Scheiß-Anzeige Dass hier was, was krasses ist Digga, was hab ich denn hier? Ja, hier irgendwo Da oben oder so Nachtblattast Krass Oder hier? Ja, na irgendwo hier wird's mir angezeigt Ich guck mal, ob ich was find Das ist ziemlich krass Achso, das war irgendwie mit diesem Radar, ne? Ja, ja, ja Hier, nee Ich folg dem einfach mal Das ist mir tatsächlich nichts angezeigt Kannst du auch leider nicht zuweisen Digga, was Wer nervt denn jetzt schon wieder? Diese Scheiß-Tiere hier schon wieder Holen mich hier schon wieder wegscheißen, oder was? Wo bist du denn eigentlich schon wieder? Ich sammle hier nochmal ein bisschen was Oh, shit Mit dem Dude Digga, ich boxe gerade die Hunde so aus von der Marke kaputt Ich suche jetzt gerade echt Diche Ja, da oben wird es sein Ich renne gerade immer noch der Markierung nach, muss ich sagen Digga, hier sind Riesenbienen Und nun ist mir klar Traue nicht Fabio Denn er ist älter als Yoda Digga, was ist rum? And you think to yourself What a wonderful world Da oben ist sie ja Die Säbelflügel-Motte Wenn man sich näher hat, fliehen diese Insekten in ihre Nester Wow, Alter I have was gefoundet Nur für Vielweltbesitzer verfügbar Was für? Das heißt, wahrscheinlich kannst nur du an die rangehen, oder was? Boah, hier Ja, genau Das Ding habe ich gesucht Ja, ich kann einfach nicht rangehen Boah, jawoll Und was kriege ich jetzt? Nix Krass, Alter So, wo müssen wir denn hin? Ah, da Perfekt Ich werde jetzt meinen I-Kran haben Ach, die fliegen jetzt irgendwo hin und Ach, die zeigen dir jetzt irgendeinen Farz, oder was? Lol, die fliegen irgendwo hin, man muss denen folgen Ich würde das kurz gerne machen Ja, mach, ich gehe schon mal zu dem Wie gesagt, ich kann es eh nicht machen Da stand, das kannst du nur du machen Äh, wieso aber? Weil du irgendwie der Weltbesitzer bist Und offensichtlich kann das nur der Weltbesitzer machen Okay, hier ist irgendwie Ich glaube, hier ist ein Ziemlich salziger Dino Oh, ne, ist nicht gut Egal, es ist spooky, ey Wenn er mich verfolgt, der Typ Äh Wo muss ich hin? Natürlich muss ich da lang Was auch sonst? Okay, ich habe keinen Plan mehr Hab die verloren Die Viecher Scheiße Egal Ja, ne, dann Komme ich mal Ich bin da sogar noch auf der richtigen Route hier Was sind für Dinger? Dann nicht Löwenbeerenfaser Aha Hey, beschäftigt? Ich muss dich was fragen Klopf, klopf Äh Was? Klopf, klopf Priya Was soll denn das? Ich klopfe Du weißt schon, sag Wer ist da? Als ob jemand an deiner Tür klopfen würde, okay? Klopf, klopf Wer ist da? Ich weiß, dass du es bist Hey, bitte spiel einfach mit, ja? Klopf, klopf Wer ist da? Hass Hast du auch diesen komischen Spruch? Ja, ja Hast du denn nichts besseres zu tun, als dumme Witze zu erzählen? Bist du noch da? Bin noch da Anker von dem Witz blöd Aber das ist er nicht, oder? Hilf mir doch mal Er ist super, Priya Der beste Klopfwitz, den ich je gehört habe Ja, ja, okay Ich werde es ihr ausrichten Digga, wie unangenehm Diese kurzzeitige Stille da Digga, Zeit vergehen lassen Ah ja Warte auf Ich komme einfach mal zu dir Was bündet denn? Okay, Zeit vergehen lassen, ja? Willst du es machen? Okay Er drückt einfach rauf, weil er geil ist Weil er es kann Klar Wir sollten nicht warten, bis uns jemand entdeckt Hierdurch? Ist das sicher? Ich werde dich nicht in den Tod schicken Ich schon Vertrau mir, Mayanto Das meintest du auch beim Kinglor-Stich Hier Ich nutze ihn für Sommi Eure Bindung wird stark sein Oh, Mayanto Unsere Jäger sagen Sieh nicht nach unten Vertrau auf ihre Weisheit Das klingt ja sehr vielversprechend Äh, ja, okay Alles klar Digga, wie hier alles leuchtet Das ist so geil Ja, ist geil, ne? Alter Oh, wow Übertreibt doch nicht Wirklich schöne Orte hier Gut, wir müssen ein bisschen nach oben, glaube ich Oh Ja Oh mein Gott Das kam unerwartet Ich habe mich da einfach hingestellt, weil ich gucken wollte In dem Moment schießt mich dieses Blatt da rüber Na klar Okay, jetzt muss ich hier gucken Äh Achso Anwendest kannst du markierte Ach hier I Okay Ja, können wir da jetzt irgendwie was machen Wollen wir uns kaputt tauchen oder was? Ne, warte F im Jagdbuch ansehen Meist offenbar in der Nähe von Felswänden Das in einem Netzwerk aus kleineren Knospen verbunden ist Spüren diese äußeren Knospen Druck Durch Berührung oder Schüsse ziehen sie sich zurück Ziehen sich alle äußeren Knospen zurück Folgt auch das größte Blatt der Pflanze Achso Ja, hier Das Ding hier Und da ist noch eins Okay Ja, gemastert, Mann Nicer Typ Digger mit dem Wasser hier zwischendrin Das ist so geil Der, die Blatt Ach, der Das Game ist wirklich Das meiner, geil Okay, da ist schon einer Ich glaube hier rein, ne? Ich finde das einfach auch so schön Dass wir diese Momente teilen können Ja Dass die das zumindest bei dem Game Mit einem vernünftigen Koop-Modus Hingekriegt haben Ist schon Digga, aber es ist doch auch Rubi's doch Schaffen sie das hier Und bei The Crew nicht Ja, frag einfach nicht Ich glaube, sie wollten es gar nicht Ich habe auf dich gewartet Ich habe mich so gedacht Ah, wir machen mal so ein richtiges Kack-Game Und dann haben sie so Ruhe erstellt Ich bin hier schon als Kind geklettert Ich kenne alle Tricks Du fühlst dich also besser? Körperlich ja Geistig noch nicht Ja, Junge, dann lass mich doch hoch Du Stück Scheiße Aber dieses Game hier Wow Hey, Digga, warte Hier Oh Also Gehst du jetzt zu ihm hier? Ne Ne, weiter nach oben, Alter Steige zur... Oh, oh, oh Versuche dich mit der Ekran zu verbinden Schaut das aber nix Bist du ungescheitert? Wir kriegen keils mehr im Laufe des Games Oh, noch höher, Digga Ich hoffe es Yippie Ok, da oben sind ein paar leichte Grafik-Bugs bei mir Ach, du Scheiße Oh, mein Gott Ich klettere zur Ikran-Kolonie, um auserwähnt zu werden Digga, guck mal, Rota Alter Hihihi Sieht das geil aus Oh, wir können da dann hinfliegen, Mann Was hoffe ich? Einfach diese Map mal zu sehen von oben, das ist schon echt brutal Mhm Okay, ja Nu Digga, wohin? Okay Hier Darüber? Ja, darüber Digga, ist das allein der Pfad hier? Ist halt wirklich so Okay, ja Hier sieht gut aus Hopp Äh Oh Wuhu Scheiße, Mann Da muss man aber Oh, wie das selber weg geht Bist du einfach angesprungen? Ja, ja Oh, Digga Oh Das ist schon krass, ne? Das war knapp Das war richtig knapp, das Ding Na, wie Sinne kannst du Oh Mhm Navigationssystem Äh, können Okay Meist offenbar in Höhlen Die Sporen können die Vitalität steigern, wenn sie eingeatmet werden Ja, die hätte ich gerne, muss sagen Ähm Ah ja, hier Okay Ah ja, das Oh Gott Ah Bruder, wo hat er mich hingeschossen? Wo müssen wir hin? Digga Ah So, ich würde gerne die Pflanze einatmen hier Danke Gesundheit dauerhaft gesteigert Nicer Typ, Alter Äh Geht's hier irgendwie hoch? Nö Äh Äh Bist du, sag mal Bist du da oben? Ja, Jung Wo wir noch hin müssen? Alter Was ist jetzt los hier? Wie geht's denn hier hoch? Nach hier? Äh Hä? Oh Fuck Man ist da rüber zu springen? Man muss irgendwie Ah Man muss hier wieder runter Und dann Dann kommen wir hier rüber Ah Ah So Hier sind diese Teile Ach so Man muss dieses Tor aufmachen So Deswegen hat sie gesagt Guck nicht nach unten Weil hier Alter Diese schwebenden Felsen Das sieht so krass aus Äh Hast du zufällig noch Irgend so ein Es muss noch irgendwo Dieses Dieses Blatt da muss halt auf Ach da drüben Ich hab's anders geschafft Oh lol Ich bin einfach an der Wand hochgeklettert Das ging auch Okay Perfekt Na gut Ich mach's so Okay pass Ich hoffe Ich hoffe Dass ich gewählt werde Das Bündnis ist rein Unberührt von den Menschen Boah Digga Jetzt bin ich hier Sogar jetzt spreche ich Durch ihre Technologie mit dir Nun Der Krieg heiligt alle Mittel Oder? Digga Wie geil es gemacht ist Du wirst es schaffen Fall nicht Okay Pria Alter Ist das scheiße Digga Ist schon irgendwie Ist schon hart man hier Ist schon richtig nice Nähere dich nochmals Der Ikran Hat dir gar keinen Plan Wollang Ach zu schön Oh Oh Denk daran Der Ikran wählt dich Nicht umgekehrt Äh Buch Digga Der Typ Was mache ich falsch? Der komische Vogel Versuche es weiter Dann belohnt sie deine Mödenklasse Ich fürchte Ich werde nicht erwählt Sie spielt nur mit dir Bleib stark Jo Wo bist du? Du bist da hinten Such den Weg hier gerade Weiß ich mich gerade nicht Oh 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 Nicht unbedingt wo ich hin muss Einfach mal weiter Digga Wie geil ist dieser Baum hier gemacht? Junge Ist das krass Ist klar Wenn man hier durch geht Achso du bist jetzt ja auch dann Das ist Tja das ist dumm gelaufen Schön Kommt sofort zurück Alter Wo ist der Typ? Oh Gott Es sind ein paar mehr hier oder? Ich habe hier glaube ich so einen Kreis Hier ist irgendwie so eine Fähigkeitenpflanze Ich habe hier noch ein paar Mal Wenn ich jetzt runterfällt Ja Kann man hier runter Oh Gott ich werde fast runtergelaufen Ja Alles für eine Art Okay ich glaube einfach weiter nach oben Das ist ja schon cool gemacht Äh oder auch Ja doch Oh Gott Äh Oh Ist ja schon cool gemacht Da war Tja der kann das so doof Dass man eben jetzt so folgen muss Die ganze Zeit Ah ich muss jetzt hier rein Ne Ja Ah ich brauche dich Ja komme Digga die sind nicht Ich muss kurz was Äh Ja Digga Ach da Ah Ela Nur Mut Die Bindung ist wertvoll Eure Leben sind für immer miteinander verknüpft Genau hier bin ich Sommel begegnet Sie bäumte sich auf Schnappte nach mir Mir war Muld Meine Hände waren schweißnaß Mein Herz schlug so laut Dass es fast zersprach Doch die Wildheit war nur gespielt Es kam uns an Aber der Ruhe Mein Atem Langsam muss ich Hm Sie würde mich wählen Verspürt Besänftige die Ikran ganz oben Und versuch dich mit ihr zu verbinden Joa Alles klar Aber wir können gerne Jetzt hier An der Stelle Einen schönen Cliffhanger machen Oder willst du das jetzt noch kurz erledigen Wir können auch einen Cliffhanger machen Dann haben wir für nächstes Mal gleich ein Highlight Dann haben wir für nächstes Mal ein Highlight Alles klar Freunde Dann war es das hier heute Tut mir wirklich schrecklich leid Müsst ihr euch noch bis zur nächsten Folge gedulden Ich hoffe wir machen dann an genau dieser Stelle hier weiter Der hat das Ganze jetzt gespeichert Aber es scheint ja ganz gut auszusehen Danke fürs Zuschauen Bis zum nächsten Mal Macht's gut Und ciao 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017